Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Ich habe euch im letzten Orchideen-Video schon angekündigt, dass sobald ein paar Blüten mehr offen sind bei meiner Odontoglossum, ich euch die Kultur- und Pflegetipps zu dieser Orchideen-Gattung gebe. Odontoglossum stammt ursprünglich aus Südamerika, also die komplette Gattung kommt dort vor und wächst dort auf Höhen von 1500 bis 3000 Metern. Woher kommt der Name Odontoglossum? Odontus steht für Zahn, Gloss für die Zunge. Das heißt, es ist sozusagen eine Zahn-Zungen-Orchidee, Odontoglossum. Man kann das an der Lippe erkennen, schaut ungefähr so aus, dass da ein Zahn ist und eben diese lange Zunge. So kann man sich das merken, Odontoglossum-Zahn-Zungen-Orchidee. Wie gesagt, auf 1500 bis 3000 Metern kommt sie vor. Das sagt uns dann auch schon etwas über die Kultur der Pflanze. Sie mag es nämlich kühl bis warm. In den Sommermonaten kann sie es durchaus bis 32 Grad locker aushalten. Darüber, je nachdem, schattiert und mit guter Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, geht es natürlich auch ein paar Grad mehr, aber dann sollte man aufpassen und auf jeden Fall auch eine Lüftung. Einrichtung, wenn die Pflanze im Gewächshaus wächst. Odontoglossum kann man aufgebunden oder im Topf kultivieren. Wenn man sie über den Sommer herausstellt, dann sollte sie halbschattig bis hell stehen, keine direkte Sonne abbekommt, denn sonst verbrennen die relativ dünnen Blätter. Das ist bei Pflanzen wie Laea oder Catlea anders. Die können richtig in der Sonne grillen. Die Blätter verfärben sich dann auch so ein bisschen leicht rot, was dann so sozusagen die Sonnenschutzpigmente im Blatt sind. Bei Odontoglossum muss man hingegen etwas vorsichtig sein. Im Winter kann die Temperatur bei den Pflanzen nachts auch bis auf 10 Grad herunterfallen. Im Sommer sollten die Temperaturen nachts nicht auf unter 10 Grad fallen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn die Pflanzen im Sommer draußen stehen, sage ich mal so ab Mitte, Ende Mai oder so wie das dieses Jahr war, kann man sie ja schon fast direkt beim Frühling raussetzen und man wusste, es kommt kein Nachtfrost mehr. Gut, dieses Jahr haben wir nicht unbedingt so viel davon gewusst, aber ist ja egal. Und dann kann man sie permanent draußen stehen lassen. Wenn dann nachts im Sommer die Temperaturen mal auf 10 Grad herunterfallen, ist das gar nicht so dramatisch. Odontoglossum mag es, wenn das Substrat regelmäßig und gleichmäßig feucht gehalten wird, also regelmäßig gießen, denn ein Zeichen, sobald die Bulben anfangen zu schrumpeln und sich nicht mehr so fest anfühlen, dann sollte man auf jeden Fall gießen. Odontoglossum, wenn man den Spaß daran hat, sie vegetativ zu vermehren, also über Rückbulben kann man das relativ einfach machen. Ich habe euch das schon in einem Video gezeigt, da nimmt man einfach nur eine Bulbe. Bei vielen sympodial wachsenden Orchideen sagt man, man nimmt zwei Rückbulben plus einen Neutrieb oder drei Rückbulben und ohne Neutrieb und dann ist das gewährleistet, dass die Pflanze sich entwickelt. Bei so kräftigen Bulben, wie das jetzt hier bei Odontoglossum und Zidium und so weiter der Fall ist, also alles, was in diesen Gattungsbereich gehört, reicht eine Bulbe aus. Ich stelle die Pflanze mal kurz zur Seite und zeige euch das Ergebnis vom Video, wo ich eine Rückbulbe genommen habe, von genau dieser Pflanze. Ihr seht, hier sind schon zwei schöne Neutriebe gewachsen, bedeutet, hier ist die Vermehrung absolut erfolgreich gelungen. Und bei der Pflanze, wo die Bulbe entfernt worden ist, hat das ihr überhaupt nicht geschadet. Sie hat einen schönen Neutrieb ausgebildet und mit einer Blüte. Bei Odontoglossum-Hybriden, wie diese hier, das ist hier die Dschungelmonarch Everglade und Odontozidium. Odontozidium sagt uns auch gleich was darüber aus, was für eine Kreuzung es ist. Das ist eine Kreuzung aus Odontoglossum und Onzidium. Da muss man allerdings abwägen, sehr, sehr viele Onzidien und Odontoglossum-Orchideen und auch alles, was so mit in diesen großen Block gehört, war ursprünglich alles eine Gattung, die nach und nach aufgeteilt worden ist. Bei diesen Hybriden und Naturformen ist es essentiell, eigentlich zu wissen, was für eine Naturform in der Pflanze enthalten ist. Denn die wiederum, diese Gene, welche dann dominant sind, entscheiden, welche Methode man anwenden muss, dass die Odontoglossum oder eben die Orchidee zum Blühen kommt. Und es gibt Naturformen, da muss man die Pflanze so lange düngen und gießen und pflegen, bis der Neutrieb sich richtig kräftig ausgebildet hat. Dann geht die Pflanze in eine Ruhephase über und erst dann kommt der Blütentrieb. Und es gibt Odontoglossum, da geht das alles praktisch in einem Rutsch. Man lässt den Neutrieb sich ausbilden, kultiviert weiter und dann bildet sich der Blütentrieb. Das heißt, zwei Methoden, einmal mit Ruhepause und einmal ohne. Und das müsste man eigentlich beachten. Nichtsdestotrotz würde es eine Orchidee, die keine Ruhepause benötigt, gar nicht schaden, solange man aufpasst, dass mit der Pflanze alles in Ordnung ist, wenn man ihr dann eine Zeit lang deutlich weniger Wasser und vor allem weniger Dünger, bis gar keinen Dünger gibt, sodass dann die Blüteninduktion stattfindet. Diese Pflanze hatte ich mehr oder weniger durchkultiviert, aber dann zum Schluss gar keinen Dünger mehr gegeben. Und das Ergebnis seht ihr hier an diesem Blütentrieb. Das gleiche ist bei dieser Pflanze der Fall. Sie ist noch nicht am Blühen. Sie wird noch demnächst in einem weiteren Video, sobald sie blüht, vorgestellt werden. Dann recherchiere ich auch den Namen. Genauso wie das hier bei dieser Dschungelmonarch Everglades der Fall ist. Dann kann ich euch sagen, wie sie heißt. Genau das hier war auch der Fall bei dieser Pflanze, dass ich sie zum Schluss weniger gedüngt habe, was dann dazu geführt hat, dass sie einen Blütentrieb ausbildet. Diese Pflanze ist auch eine Odontoglossum-Hybride. Es ist eine andere Sorte als die Dschungelmonarch. Da habe ich durch die Weiterkultivierung und dem weniger Dünger noch nicht viel erreicht. Das heißt, diese werde ich jetzt auf jeden Fall trockener stellen und noch weniger Dünger machen, in der Hoffnung, dass sich dann ein Blütentrieb ausbilden wird. Da muss man abwarten. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine dunkelrot-blühende, aber wir lassen uns überraschen. Hier ist noch ein kräftiger Neutrieb. Das heißt, die Pflanze wird jetzt noch weiter kultiviert, wird noch entsprechend versorgt, bis der dann ausgebildet ist. Der hier wäre schon soweit, aber sobald das dann soweit ist, weniger Wasser geben, einfach so einen kleinen Reiz der Pflanze verpassen, dass sie sagt, oh, es könnte Zeit werden zu blühen. Hier ist noch mal das Teilstück von der Odontoglossum hier. Und ihr seht, die Kultur von Odontoglossum ist relativ einfach, wenn man ein paar Punkte beachtet. Es sind super schöne Pflanzen. Ich zeige euch noch mal die mit dem großen Blütentrieb. Es geht noch viel, viel größer, wenn die Pflanzen noch älter und kräftiger werden. Dann können die Blütentriebe riesengroß werden und weit über 50 Blüten am Trieb haben. Und wie ihr wisst, ich finde es immer wieder schön, wenn die Pflanze etwas natürlicher wächst. Wenn man die Pflanze dann, sage ich mal, hier auf so ein Regal stellt und der Blütentrieb dann hier so herunterhängen kann, dann finde ich das sehr natürlich. Wen das stört, der kann natürlich auch die Blüte mit einem Stab fixieren, sodass Ganze ein bisschen stabiler ist. Wenn man auch nicht so viel Platz auf der Fensterbank hat, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, das war es zum Thema Odontoglossum und Hybriden und Oncidium und Co. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt das Hunde in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.